Hallo meine lieben Digierter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen K-Demo-Event-Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Update vom 2. Oktober 2024. Was das Ganze dann dementsprechend für K-Demo beinhaltet, schauen wir uns wie immer gemeinsam an. Dieses Mal ist es ein kleineres Update, was auf K-Demo gekommen ist. Dementsprechend ist nicht allzu viel reingekommen, aber das wenige, was reingekommen ist, wie gesagt, gehen wir gemeinsam durch. So, als allererstes, das einzige Update, was heute reingekommen ist, also in der Update-Kategorie, ist, dass die maximale Anzahl an Buffs, die man auf das Digimon packen kann, erhöht wurden. Das bisherige Maximum dabei waren ja 20 Buffs, die man maximal gleichzeitig auf dem Digimon haben konnte. Darunter fallen auch die Tamer-Passiven, die Achievements, die regulären 1-2-Stunden-Buffs, Shadow Labyrinth, Blaze of Fire Island und ja, alles mögliche, was da so geht. Und da mit den U-Rang-Digimon-Passiven das Ganze natürlich an das Limit dann auch stößt, weil bestimmte U-Rang-Passive mehrere Buff-Slots verwenden. Und dann dementsprechend, wenn man sowieso schon vorher an das 20er Buff-Limit gestoßen ist, also für Content, den man dann gemacht hat, dann hat das natürlich nicht geholfen. Und da musste man bestimmte Buffs dann rausnehmen, die vielleicht weniger wichtiger waren, nur um dann Platz zu haben für die Passiven. Jetzt mit dem neuen Buff-Limit, welches auf 30 erhöht wurde, sollte das dann dementsprechend kein Problem mehr sein. Und dann kann man ganz alles vollpacken mit Buffs an das Limit von 30, sollte man zumindest nicht, dass ich wüsste, eigentlich ran, also im Moment zumindest noch nicht ranstoßen können. So, dann kommen wir zu den Events. Da ist jetzt auch nicht allzu viel Neues mit dabei. Also die Season-Pass-Dailies laufen dort auch ebenfalls weiter. Nur das Crafting-Item wurde umgetauscht, oder beziehungsweise die EP-Crafting-Items wurden umgetauscht. Also in dem Fall ist das hier eins der neuen Daily-Quest-Items dann und hier das Persimon-Item. Diese werden dann für das Crafting bei EP dann, also bei dem EP-Event dann verwendet. Genau, das mit Kaisers Traces ist gleich geblieben. Dann EP-Exchange, da wurden jetzt dann Option-Changetones und Number-Changetones wieder reingebracht, die man sich craften kann, jeweils für 60 EP und dann nicht, wie hier angegeben ist, mit 7 von den Persimons. Die haben hier nämlich es leider ein bisschen vergeigt und die Items fürs EP-Crafting hier einfach nur bei beiden Sachen immer Persimon reinkopiert immer. Anstatt einmal das eine Item und dann das andere ist dann Persimon. Und hier fehlt auch die Anzahl an Number-Changetones und Option-Changetones. Das dürften in dem Fall, wie die letzten Male auch immer, dann 5 Stück dann immer sein. Da braucht man dann, ja, wie gesagt, 60 EP und dann 7 Mal diese Items davon. Und dann gibt es hier noch einen exklusiven Damage-Skin. Letztes Update, also letzte Woche haben die ja bei sich dieses Damage-Skin-System implementiert und jetzt gibt es da hier einen ersten, den man sich für EP craften kann. Wird wahrscheinlich ein exklusiver Damage-Skin dann sein für einen besonderen Feiertag dann bei denen. Falls dieser dann auch zu uns kommen sollte, kann man den aber dann mitnehmen. Und dann, ähm, genau. Game Modification und Supplement Works. Da wurde nur ein Server-Connection-Problem behoben, welches den Fall betraf, dass man ein Boxed-Item geöffnet hat. Und wenn man ein Boxed-Item geöffnet hatte, hatte man ein Disconnect bekommen. Das wurde jetzt in dem Fall dann gefixt auf Cardemo. Aber ansonsten ist das alles, was in der ersten Notiz drin ist und in der Promotion-Notiz, da ist jetzt eigentlich auch nicht allzu viel drinnen. Aber für den einen oder anderen könnte das vielleicht ganz interessant sein. Und zwar haben alle drei U-Rang-Digimon außer Crimson-Mode-Awaken einen Rerun bekommen. Dieser geht in dem Fall für zwei Wochen. So lange sind, also diese zwei Wochen lang sind deren Banner dann verfügbar. Das betrifft in dem Fall Omnimo-Merciful-Mode mit dem Sorrow and Determination-Summon. Dann, ähm, den für Cross-7-Superior-Mode, der Awak-King-Summon. Und dann, ähm, Ritual of Purification, wo man dann, ähm, das Item für Gutsu-Ram-O-Mico-Mode dann dementsprechend rausbekommt. Äh, genau. Da, wie immer, zwei Dada Summon-Ticket-Ultimates pro Summon benötigt man, egal an wem man sich versucht. Und die Pity ist bei allen drei, wie immer, bei 150 Summons. Und natürlich im Rahmen dessen wurden auch wieder die Dada Summon-Ticket-Ultimates reingebracht. Für den Zeitraum, dann für 99 Crown. Pro Stück. Aber ja, das war dann im Prinzip alles. Also mehr ist nicht reingekommen. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zu den neuen Sachen in dem Fall. Zu den wenigen neuen Sachen dann auf KD-Modern in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Aber nie, nicht vergessen, wenn ihr zum nächsten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.